Als gebürtiger Augsburger habe ich mich riesig gefreut, als ich 2004 zum Chefarzt der Unfallhand- und Wiederherstellungskirurgie am Augsburger Klinikum gewählt wurde. Seit dieser Zeit haben meine Kollegen und ich die Klinik zu einer der größten Unfallchirurgien Deutschlands weiterentwickelt. Wir versorgen heute, abgesehen von schwersten Verbrennungen, sämtliche Verletzungen auf höchstem und modernstem Niveau. Ein Schwerpunkt der vergangenen Jahre war die Entwicklung eines ganzheitlichen medizinischen Versorgungskonzeptes für Verletzungen im Alter. Neben der Traumatologie nimmt heute auch der Einsatz von Kunstgelenken einen immer größeren Raum ein. Damit kann die Unfallchirurgie am Klinikum Augsburg das Gesamtportfolio der Chirurgie am Bewegungsapparat anbieten. Unseren Patienten sagen wir nicht gerne auf Wiedersehen, da wir keinem wünschen, eine Unfallchirurgie zu brauchen. Wenn es aber brennt, sind wir immer für Sie da. Klinikum Augsburg. Menschen leben Medizin. Möge Klinikum Augsburg. Menschen leben Medizin. Röhmdelen und hectareeien den Berichting. Fä kijen. COVID-19